Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Commander Conkeral Abstufe Rot 1 Remastered Edition auf Seiten der Alliierten. Ganz genau, Leute. Und wir waren beim letzten Mal hier in dieser Inside-Mission unterwegs und wir müssen Stalin daran hindern, seine Atombomben abzuschmeißen. Alles klar, dann würde ich sagen, machen wir das doch direkt. Mal weiter hier. Remastered Edition. Das ist schon ein Unterschied, ja? Schaut euch das an, die Grafik, Leute. Alte Grafik hier. Richtig krass. So. Aber hier oben ist noch ein... Da ist ein Hund. So, hier oben ist noch ein Computer. Alles klar, Leute. Ja, sicher. Du gehst dann bitte mal da hin. Ganz genau, wir müssen Invasoren an die Computer bringen, Leute. Boah, die Grafik. So krass. Wirklich. Okay, ihr merkt, ich habe Spaß mit der Grafik. Und nächste Kommandozentrale ist deaktiviert. Sehr, sehr gut. Dann ist eigentlich nur noch der Bereich hier oben übrig. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nur hier der Bereich. So, dann geht mal da hin, bitte. Boah, die uralte Grafik, ey. Wirklich. So krass. Na, egal. Warte. Ähm. Wird ich sagen, machen wir das mal. Komm, Blech, Bubi, tanz mal. Bats. Richtig cool. Und, äh, jo. Wo ist jetzt das Terminal? Ich glaube, das war das hier unten. Ich hoffe mal, dass da kein Hund drin war. Nee. Sehr gut. Okay, dann geht ihr mal bitte da hin. Und hier kommt mal bitte da hin. So, Leute. Äh, genau. Das war's schon. Ja, toll. Das hätte ich auch noch bei der letzten Folge machen können. Aber egal. A7. Ein Vogelschiss auf der Atom-Nombe. Naja. Die wäre fast eingeschlagen, ne. Beziehungsweise, die ist eingeschlagen, aber hat sich nicht aktiviert. Krass. Oh. Eine Alliierten-Mission 10. Bonusgalerie freischalten. Okay. Alles klar, dann würde ich sagen. Oh, der Name steht schon. Krass. Jo. Wir haben 90 Einheiten platt gemacht. 8 Einheiten verloren. Ein Gebäude platt gemacht. Jo. Gut. Das hätte ich echt noch in der letzten Folge machen können, eigentlich, aber... Ja, ist in Ordnung. Die Russen sind aus Deutschland weg. Sehr, sehr gut. Das heißt, wir machen jetzt wirklich hier nur noch... ...gegen Krieg gegen Russland. Alles klar. Allerdings schaue ich mir jetzt noch mal ganz kurz die, äh... ...die Bonusgalerie an. Ganz genau. Wir haben jetzt nämlich hier noch eine Bonusgalerie. Hier, 19. in ein Video. Missionsbriefing. Missionsbriefing für Alliierte-Missionen. Richtig cool. Das ist der Stavros. Christy? Oh, Doug hasn't seen the setup yet. Der Cain! Oh mein Gott. Der Cain ist überall dabei. Amelien, Amelie, 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 ist gar nicht gesetzt. Hahaha. So, Heule. Die haben Spaß. Ja, ja. Die haben Spaß. Alles klar, Leute. Würde ich sagen, machen wir mal weiter. Ja, Missionsauswahl. Mission 11 sind wir jetzt tatsächlich schon. Oh mein Gott. Das geht so schnell. Norden oder Süden? Ich würde sagen, wir nehmen mal die Südroute hier. Seeherrschaft. Alles klar. Würde ich sagen, machen wir das mal. Dann machen wir das mal. So, mein Handy kann sich gerade nicht mit dem PC verändern. Egal, weil... So. So. Das war verflucht knapp. Andererseits besser knapp geschafft als knapp verpasst. Wenn diese Bombe hochgegangen wäre, naja. Sagen wir mal, wer überlebt hätte, sässe jetzt wohl gerade im russischen Sprachkurs. Zum Glück ist das nicht der Fall. Sie und ihre Mannschaft haben Stalin jede Suppe versalzen. Und das war der Todesstoß. Die Informationen, die ihre Cyborgs gefunden haben, beweisen, dass diese vier Raketen alles war, was Stalin abschussbereit machen konnte. Jetzt, wo die atomare Gefahr beseitigt ist, wird es Zeit für unseren Gegenschlag gegen die UdSSR. Ihre Aufgabe ist es, die Gefechtszone um St. Petersburg freizukämpfen, damit unsere Schiffe den Bodentruppen helfen können, die sich auf Moskau zubewegen. Beginnen Sie mit der Zerstörung dieser sowjetischen Befehlszentrale hier. Sobald die Verbindung mit Moskau abgeschnitten ist, säubern Sie den Uferbereich, damit unsere Schiffe flussaufwärts fahren können. Ah, okay, also eine Schiffsmission, Leute. Ja, wir fahren auf Moskau zu. Es nähert sich tatsächlich schon um den Ende der Alliiertenkampagne. Oh mein Gott. So krass. Ui, zwei Bauhöfe. Okay. Ja, ich glaube, das war so, das ist so gewollt mit den zwei Bauhöfen. Und, äh, ja genau. Ich baue allerdings meine Basis hier oben auf, nicht hier unten, weil hier unten ist das ein bisschen zu knapp. Ganz genau, Leute. Und, ja, wir haben 14.000 Kohle, das heißt, wir können jetzt einiges ausgeben. Und, ja, wir haben hier unten Kohle drin. Und, ja, wie gesagt, nächste Mission, äh, ich dachte, ich, ich dachte, die alte Mission ginge noch länger. Aber, ne, die geht nicht länger. Es ist leider, ja, es ist blöd gelaufen vom Pagami her, aber es ist, hoffe ich mal, nicht schlimm. Das ist klar, Großkraftwerk und Raffinerie, bitte. Ihr seht, hier unten hätten wir theoretisch ein Erzverkommen für uns alleine. Und, äh, ja, die Zeit ist noch langsam. Mach ich mal schneller, komm. Die Spielgeschwindigkeit wieder auf schneller. So. Aber hier nämlich ein bisschen, ein bisschen ratzfatz hier. Bestätigt. Bestätigt. Ja, ich brauch mich auch nicht zu wundern, ne, dass, dass das Spiel hier so schnell vorbei ist, wenn ich die Spielgeschwindigkeit immer so hoch hab. Ja, das ist... Oh, Edelsteine. Okay, was? Geil. Wir haben Edelsteine da oben. Äh, gut. Leute, dann... Hier unten sind die Ressourcen, aber ich pack den Sammler einfach mal da oben hin. So. Leute. Oh, nein. Ach, hör doch auf mit dem Mist, wirklich. Das will doch keiner haben hier. Mann, Mann, Mann. Gut, dann Bauhalten. Raketenwerfer, drei Stück. Wenn die können. So. Was sind, da sind... Edelsteine, wie geil. Da sind... Oh, und so viel Erz. Und... Oh, Mammutanzer. Hau ab. Hau ab, ey. Ja gut, dann... Fall ein bisschen erkunden. Was macht der denn da? Ey. Lässt du meinen Bauhof in Ruhe? Also wirklich. Das ist unfassbar. Schaut euch das an. Danke für mein... Für den Beschädigen meinen Bauhofs. Und dann nochmal. Ja gut, egal. Da können wir direkt eine Werkstatt bauen. Ich ne, mal reparieren. Das sind die scheiß Mammutpanzer. Ach, du Heilige. Ja gut. Und direkt weg damit. Ist schon wieder ein Mäniken. Der will unbedingt meinen Bauhof platt machen. Der will unbedingt meinen Bauhof weg haben. Ich merke das schon. Gut, dann reparier den halt. So. Dann baue ich hier jetzt noch einen Sammler. und eine Radarzentrale, bitte. Genau, hier unten kommt die Energie hin. Was ist das für eine Mucke? Interessante Musik. Gut. Der Bauhof ist wieder voll. Sehr, sehr gut. Konstruktion abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Und, ja, Radarzentrale dahin. Dann baue ich am besten noch ein Großkraftwerk. Neue Bauoption. Genau, Leute. Wir sind an der Volga. Wird gebaut. Und Konstruktion abgeschlossen. Wieder eine sehr interessante Musik. Wille mich wie beschuldigt. Sammler, klau dir mal die Edelsteine da. Ich weiß, der will die zwar beschützen, aber... Ja, Sir? Wenn man die klauen kann, warum nicht? Konstruktion abgeschlossen. Ja, 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 ja. Mit Flugzeugen auf meine Sammler. Das ist... Das ist reist, ich sage es euch. Aber gut. Äh, Technologiezentrum, bitte. Und dann hätte ich ganz gerne noch mal Einheiten hier. Versucht er denn da jetzt, Mann? Der will von einem Mann nicht kennen. Was soll das denn? Ja, weil die Nerven. Na, das ist... Ja. Die Nerven halt. Zack, zack, zack. Nein. Hier unten die letzten. Gut. Da habe ich mir die Edelsteine eingesackt. Und dann können wir mal weiter bauen hier. So, los. Äh, was brauche ich denn noch? Erst Raffinerie, eine zweite... Nee, eigentlich nicht. Ich habe eigentlich alles, ne? Heliports brauche ich noch. Genau, Heliports. Wird gebaut. Und dann kann ich eigentlich auch schon... Ja, Moment. Sammler? Sammeln wir bitte diesen Bereich hier frei. Ich würde gerne hier unten meine zweite Basis aufbauen. Weil hier oben kommen immer die Mammutpanzer vorbei. Nein, das ist nervig. Richtig nervig. Gut. Aufschrauber fertig. Sehr gut. Weiterbauen. So. Nein. Bitte du auch hier vorne bauen. Aha. Verdammt noch mal. Der will unbedingt auf meine Winniken, ne? Das ist unglaublich. Gut. Nein, hier unten, bitte. So, Leute. Der Sammler, der slide hier rum. Geil, ja. Wirklich geil. Und ja, Leute. Ich hoffe, es geht euch gut soweit. Mir geht's sehr gut. Ich hoffe, ihr kommt gut mit der Corona-Situation, klar. Ja. Ich komme mittlerweile klar, weil auch vieles wieder aufgemacht wird hier. Aber, ja, wie gesagt, sowas hatten wir halt noch nie. Und, ja, deshalb ist das Ganze ein bisschen außergewöhnlich. Und ja, dann würde ich sagen, haben wir es gleich. Ich brauche mir noch einen Hubschrauber hier hin. Dazu nehme ich mir die Einheit, ne? Und dann würde ich sagen, brauche ich auch noch Flaks, ne? Ja, super. Toll. Meine Männeke immer wieder weg. Dann brauche ich auch noch Flaks. Ja, ja, ich brauche noch Flaks. Ich brauche eigentlich noch alles, ne? Und ja, Leute, dann würde ich mal sagen, Flaks-Stellung. Gut, dann würde ich sagen, kann ich den zweiten Bauhof mal hier hinten aufbauen. Genau. Dann würde ich hier eine Werft bauen kann. Für das ein oder andere Schiff. So. Weil wenn ich den zweiten Bau aufgebaut habe, geht das Bauen viel schneller. Zack. Und wir sehen die Karte. Jawohl. Und wir sehen... Ein Arschvoll-Tesla-Schwul. Und wir sehen hier eine Basis. Ist aber nicht so viel drin. Und wir sehen hier noch Basen. Ist auch nicht so viel drin. Okay. Also dann würde ich mal sagen, wir weitere Flaks einfach aufbauen. Einfach hier verteilen über die Basis. Ihr seht... Viel schneller. Das Bauen geht so viel schneller, das gibt es gar nicht. Oi, oi, oi. Konstruktion abgeschlossen. Dann brauche ich hier noch eine Flakke hin. Wird gebaut. So. Brauche ich gleich noch eine Energie, logischerweise. Genau jetzt. Großkraftwerk. Boah, es geht so schön schnell, ne? Abgebaut. Das ist unglaublich. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, verteidige ich mich gleich mal. Wir haben noch anderthalb Stunden Zeit, um hier alles frei zu rollen. Da kommt er wieder mit Mix. Boah. Okay. Dann bitte Flaks hier hin bauen. Und ja, Leute. Dann... Wo wird denn unser Stützpunkt angegriffen? Das war aber eine späte Reaktion, mein Freund. Wird... Dann Türme bauen. Hier den Bau schön verteidigen. Kein Geld mehr, oh Mann. Wirklich? Konstruktion abgeschlossen. So, Turm, Bunker. Konstruktion abgeschlossen. Weiteren Turm. Oh, die Energie reicht, glaube ich, nicht. Ne, ne, die Energie reicht nicht. Ja, Sir. Ja, gut. Ich glaube, dann sollte ich theoretisch mal eine neue Raffinerie bauen. Ja, Sir. Sofort. Ja, muss ich gleich mal gucken. Erstmal hier oben. Genau, die können auch da oben sammeln. Warum sammeln die wieder... Da unten. Sammeln doch hier. Mensch. Alles klar, dann haben wir wieder eine Kirchenmusik. Cool. So. Energie ist da. Ach, wieder dieser geile Soundtrack. Diese geile Musik. Wirklich. Konstruktion abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Hier ist sie jetzt verteidigt. Ich würde sagen, bauen wir schon mal eine Werft. Oh. Ich erinnere mich gerade an was. Komm, bestimmt direkt U-Boote, hä? Nein, hey. Da steht's sehr gut. Oh, das ist klar. Dann baue ich mal ein paar Türme noch. Und ihr macht jetzt mal bitte dieser Scheiß-Mangupanzer da weg. Die gehen mir langsam wirklich auf die Nerven. Macht die weg. Los. Mach die kaputt. Die blöde Patrouille hier. Oh, die halten so scheiße viel aus, ne? Das ist unglaublich. So. Bunker. Hüpp. Ach du Heilige, was kommt da... Warum kommt der denn jetzt hier? Ach du Heilige. Gut, dann geht mal bitte in die Flags. So, Leute. Gut, die Flags. Weg, weg. Weg. Warum runkelt das denn jetzt so? Hey. Gut, dann macht er kaputt. Los. Noch diesen Raketenwerfer bitte. Sofort. So. Das kannst du vergessen, mein Freund. Wird geballt. So. Wir hätten hier theoretisch sogar noch Platz, ne? Ja, Männchen. Scheißegal. 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 Ach du Scheiße. Wie viel Energie ziehen die denn, ne? Nee, dann reicht das. Komm, dann reicht das. Und dann würde ich sagen, packen wir die alle mal. Zum Reparieren. Und dann kann ich mich jetzt auf die Einheitenproduktion fokussieren. Wird repariert. Gut. Zehn Kampfpanzer. Zehn Artillerien. Einheit repariert. Zehn Zerstörer. Ach du Scheiße. Leute. Wird repariert. Einheit. Und der sammelt wieder unten. Das ist so. Unzureichende Finanzer. Ja, okay. In Ordnung. So. Ja, wir haben hier Hubschrauber. Wir haben hier alles. Der hat gar nicht mal so viel in der Basis, ne? Also wenn die Einheiten hier fertig sind, dann reicht halt schon. Ach du Scheiße. Okay. Ach du Kacke. Ach du Scheiße. Kommt auf einmal mit dem scheiß Mammut an. Sein Ernst? Meint er das ernst? Ach Mensch. Gut, dann machen wir Pause. Pause, Pause. Wie sollst du Pause machen? Hallo. Hä? Warum kann ich das nicht pausieren? Naja, egal. Ja, die Sammler, die haben so weit einen Weg. Das ist so. Du, 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 du. So, wir reparieren los. Äh. So. Ja, das ist gerade ein bisschen nervig mit der Kohle, das dieser so lange braucht, ne? Aber jo. Aber jo. Mr. Watt. Sammelt euch mal hier. Und warum ruckelt das? Bisschen blöd. Wird repariert. Ich kann das nicht pausieren. Warum kann ich das nicht pausieren? Verdammt. Gut, dann direkt reparieren. Bleibt die Kohle. Da. So. Wird repariert. Der ist gleich kaputt hier. Einheit bereit. Weil die Kohle halt so schnell weg geht. Verdammt. Ja gut. Aber ich sammle mich halt für einen Angriff. Das ist das halt. Zerstörer, ja. Oh. Kommt das schon wieder. Ich hab's. Ich seh das doch da. Mensch. Was soll denn das schon wieder hier, hä? Was soll das schon wieder? Ja, Sir. Und macht den kaputt, ihr. Okay. Wer braucht jetzt diesen Panzer? Vor allem die Panzerleute. Die nerven richtig. Weg machen. So. Verdammt noch mal. Wird repariert. So. Da ist wieder Kohle reingekommen. Dann kann man ein bisschen reparieren. Sehr, sehr, sehr gut. Der ist schon fast wieder grün, der Bauhof. Sehr schön. Ja, das ist ein bisschen blöd, dass die... Das Ding ist zu weit weg. Hör mal auf, bitte. Hör mal auf, bitte. Mit Produktion. Wird gebaut. So, reparier das mal. Und dann baue ich jetzt einfach eine Raffinerie hier unten hin. Mann, Mann, Mann. Das ist viel zu weit weg. Da kommt er wieder mit dem Scheiß-Mix. Die können aber nach wie vor schießen. Die können nach wie vor schießen. Dann verkauft das Ding. Meldet mich wie besorgen. Meldet mich wie besorgen. Meldet mich wie besorgen. In Ordnung. Und dann stellen eine Raffinerie direkt. Hier unten hin. Ganz genau. Hier ist der Fallzeug. Erwarte in Ordnung. Ihr hält mal weiter hier. Wird repariert. Dann brauche ich gleich theoretisch noch eine Flak. Wird gebaut. Ja, ja. Eine Flak brauche ich noch. Unzureichende Finanzmittel. Unzureichende Finanzmittel. Na, scheißegal. Wirklich. Die Kohle kommt jetzt schneller rein. Einfach zumauern hier. So. Jetzt sollte das passen. Was ist das denn schon wieder? Verdammt. Egal. So, dann. Fünf. 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 So. Jetzt sollte das passen, Leute. Jetzt soll das schneller gehen. Alles klar. Eine Stunde noch. Wird gebaut. Meldet mich wie besorgen. Bereit. Besteht dicht. Die Mucke. Wird gebaut. So. Einheit bereit. Ja, ich merke gerade, die Kohle hier ist ein bisschen limitiert. Guter schon wieder. Der hat aber nicht viel. Der hat nicht viel, Leute. Nein. Der hat wirklich nicht viel. Wird repariert. So. Schön repariert. Und das hier noch. Wird repariert. Ah, schade. Okay. Der kann immer noch schießen. Wird repariert. Wird repariert. Was bringen denn die ganzen Flaks, wenn der immer noch schießen kann? Wobei, ich glaube, jetzt hat nur einer geschossen. Ach du. Ah. Ich habe keine Kohle zum reparieren. Verdammt nochmal. Ja gut, aber dann schießt du ruhig auf den Bunker. Dann kriegen wir den trotzdem kaputt. Sehr gut. Wirklich. Sehr, sehr gut. Ja dann. Ja toll. Jetzt ist da wieder. Jetzt sammeln die wieder so weit weg. Ich könnte doch kotzen, wirklich. Na ja gut, Leute. Ist egal. Das schaffen wir trotzdem in der Stunde. Ja, Sir. In Ordnung. Wir können mit den vier Hubschraubern. Die sind mal Team 4. Ja, Sir. Mit denen können wir doch mal hier das Flugfeld kaputt machen. Das eine. So. Nein. Nicht in die Flak rein. Ach, ihr seid doch blöd. Dumme Hubschrauber. Wirklich. Oh Mann. So Sammler, du kannst mal hier das Zeug mal einsammeln. Oh Mann. Ja, das ist... Dann bring das direkt weg. Die 20 Dollar oder wie viel das ist. Ja. Es kann nur noch einer schießen. Okay. Es kann nur noch einer schießen. Alles klar. Aber dann würde ich mal sagen, habe ich jetzt schon mal hier fünf Zerstörer. Die werden nicht reichen. Definitiv nicht. So Halbzeit. Da sind zwei U-Boote. Schaut mal. Oh, die treffen aber auch immer. Was soll das denn? Was soll das denn? So. Das ist noch ein U-Boot. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. So, weg damit. Wir kämpfen den Weg frei tatsächlich. Schießt doch da drauf, Mann. Ach, ihr seid doch blöd, wirklich. Ihr seid doch zu blöd. Immerhin. Immerhin, Leute. Dann ist da schon wieder Manneken. Ja, okay. Geht schon. Wieso fahrt ihr eigentlich nicht auf direktem Weg dahin? Die Einheiten, ne? Die blockieren das so ein bisschen, ja. So, dann haben wir jetzt hier noch drei Panzer. Und dann würde ich sagen, das schaffen wir nicht, ne? Der hat so viele Raketenwerfer. So, dann repariert das nochmal ein bisschen. Geht doch da rein. Ah, der Bug. Der Bug. Schaut euch das an. Der bringt die Scheiße nicht weg. Der wartet auf diesen Sammler hier. Och, du Heilige. Okay, der muss jetzt definitiv repariert werden. So, Leute. So, dann repariert das Ding. Der hat so viele Spawner, ne? Das ist unfassbar. Alles klar. Ja, das reicht nie im Leben, ey. Diese mickrige Armee. Wie soll ich das jetzt machen? Ich muss auch mit... Ich muss viele Schiffe haben, ne? Das ist... Da kommt er schon wieder. Das kann doch nicht wahr sein. Ha! Er konnte nicht schießen. Sehr gut. Diesmal konnte er denn nicht schießen, der Penner. Okay. Braucht noch mehr Zerstörer, oder das? Die sammeln aber auch... Am anderen Ende der Welt, hä? Die sammeln wieder am anderen Ende. Wirklich. Du sammelst bitte auch. Die weigern sich wieder hier vernünftig zu arbeiten, ey. Wirklich. Diese blöden Sammler. Oh, Mann. Gut. Alles klar. Alles klar. Bereit. Wird gebaut. Dann noch mehr Kampfhanser, bitte. So. So, Leute. Dann würde ich sagen, wenn wir das jetzt hier geschafft haben... Wird präpariert. Beziehungsweise mal ein paar... ...ein paar mehr Einheiten haben. Äh, ja. Würde ich sagen, haben wir die Folge auch gleich wieder voll. Das ist so heftig, wie schnell die Zeit vergeht. Ja, Sir. So, krass. Was kommt denn da? Was ist das denn? Ein Transporter. Was will er denn damit? Was will er denn damit? Okay. Ein Transporter. Oh, mein Gott. Was hat er da versucht? Wollte der mich da etwa abfacken mit hier unten Einheiten, ne? Okay. Sehr interessant. Gut. Sammler. Wo kommst du bitte hier vorne hin? Nicht wieder so weit weg. Ah, das ist die... Genau. Alles klar. So. So, weiter geht's hier. Gut, ich brauch mehr Schiffe. Ich brauch definitiv viel mehr Schiffe. Boah. Die Armee hier wird auch größer. Leider hat es egal, was der da macht. So, Leute. Alles... Ach du. Was... Was war das denn? Was ist denn jetzt los? Kommt der da mit so vielen... Hä? Was ist jetzt los? Hallo? Was war das denn? Äh, jetzt wird er aber unverschämt. Jetzt wird er aber unverschämt. Hubschrauber macht das Ding... Macht das Ding im Arsch. So. So, weg damit. Jetzt wird er aber unverschämt. Wirklich. Jetzt wird er aber dreist. So, dann reparieren. Ich brauch unbedingt mehr Kampfhandser. Wirklich. Unbedingt. So, weg damit. Sehr gut. Ja, Sir. Besteht dich in Ordnung. So, sechs Zerstörer. Ich brauch mehr Kampfhandser, bitte. Die Zeit ist aber langsam knapp. Ha. Schön drübergerollt. Sehr gut, Sammler. Sehr, sehr gut. Ja, Sir. In Ordnung. Endlich seid ihr mal ein bisschen klug. Ach du. Warum ist das denn fast kaputt? Ja, gut, dann... Dann muss ich das als nächstes reparieren hier. Reparieren. So. Reparieren, los. Ach du Scheiße, Leute. Einheit bereit. So. Hier stehen weitere Kampfhandser und weitere Zerstörer, bitte. Ich brauch einfach nur Kampfhandser jetzt und Zerstörer. Ihr Einsatz war deutlich in Ordnung. So. Leute. Wird repariert. Noch zwei Minuten. Einheit bereit. Schade. Gut, dann kommt der Angriff halt beim nächsten Mal. Leute. Unzureichende Finanzmeldung. Oh, ich hab immer Geldprobleme, ne? Das ist so blöd. Noch 40 Minuten. Noch 40 Minuten. Ich muss langsam hinne machen, tatsächlich. Ich muss langsam echt hinne machen. Wird repariert. So. Dann weiter Einheiten bauen. Und dann würde ich sagen, wenn die jetzt fertig sind, dann geh ich mal los. Ja, Sir. Bestätig. Welde mich in Ordnung. Und auch hier unten. Mach schneller, Leute. Macht bitte schneller. Das ist so blöd. Ja, Sir. In Ordnung. Ich brauch da einfach viel mehr, weil der hat's... Och, du Heilige. Der hat sieben Raketenwerfer und hier einiges am Mannington. Ja, das ist schon nervig, ja. Gut. Alles klar. Dann bräuchte ich jetzt noch die beiden Zerstörer. Gut, dann hoffe ich mal, dass das jetzt endlich reicht von der Kohle her. Mann. So. Ticke, 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 ticke. Meine Lieblingsmusik. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt hier mal Team 1. Das kann mal hier oben hin. Das hier ist Team 2. Das kann auch schon mal vorrücken. Und dann machen wir beim nächsten Mal tatsächlich die Mission. Oder Moment, nö, den Angriff mache ich jetzt noch. Komm. Den Angriff mache ich jetzt noch. Los, rein da. Los. So. Rein da. Scheiß auf die Raketenwerfer. Wirklich. Rein da. Kaputt machen. So. Habe ich jetzt Bock drauf. Was macht der Sammler da? Ja, toll. Danke. Guck mal, Sammler. Da ist der Sammler hier durch die Basis gefahren. Oh mein Gott. Ja gut, dann macht der kaputt. Macht den kaputt. Dann machen wir jetzt alles kaputt hier. Alles bevor wir hier die Folge beenden. So. Leute. Da hat er einen Raketenwerfer gebaut. Kein egal. So. Mach diese scheiß Flugzeuge weg. So. Kaputt machen. Ja, wir sind jetzt über der Zeit. Aber ist egal. Wirklich leider. Machen wir das jetzt noch kaputt hier. Das hier noch. Und dann haben wir es. Sehr, sehr gut. Dann haben wir das. Kaputt. 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 Ja, wir müssen das ein bisschen beeilen tatsächlich. Die Kruppschrauber können wir das hier kaputt machen. So. Ist nichts mehr mit gemütlich. Nee. Die machen das kaputt. Ja, fast. Egal. Gut. Würde. Die Obertwerf platt machen. Was hat er denn da? Ein Transporter. Okay. Ja gut. Na dann. Macht er kaputt da los. Kaputt machen. Hat hier unten auch kaputt machen. Boah. 30 Minuten. Ist egal. Die Hubschrauber können das hier kaputt machen. Sehr, sehr gut. Dann haben wir den hier erledigt. Können wir mit Team 2 vorgehen. Und hier auch. Sehr gut. Das hat er echt noch mehr Nebenplatt gemacht. Oh nein. Ach, verdammt. Der hat so viele U-Boote. Verdammte Hacke. Bau nochmal Zerstörer. Und dann, Leute, würde ich mal sagen, wenn euch die Folge hier gefallen hat, würde ich sagen, ha, schaut mal, lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, speichere ich das Ding. Und dann würde ich sagen, jo, lasst mir doch mal ein Like oder ein Abo da, wenn es gefallen hat. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Tschüss, tschüss.